So, machen wir kurz Licht an. Hier haben wir das letzte Mal schon geplündert. Mal schauen, haben die noch was zum Trinken übrig? Ne, nicht wirklich. Ne, wir waren schon gut genug mit Plündern. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, off. Aufwärts. Okay, ist hier irgendwas drin? Ne. War da gerade was? Ne, da war, ich dachte jetzt kurz für den Moment, da war der Rottweiler. War aber nicht, war eine Treppe. Ja, das passiert eben in Real Life auch oft, dass man einfach immer so sagt, Oh, da ist ein Rottweiler. Ne, ist doch nur eine Treppe. Okay, was ist das hier? Äh, ja, nehmen wir mit. Aber das ist leider nicht das, was ich gesucht habe. Hier ist zwar Wasser, aber immer noch nicht das, was ich suche. Oh, ein Zombie-Child. Okay, wir müssen dafür sorgen, dass es ziemlich langsam wird. Na, komm her. So. Ah ja, wir haben schon wieder unsere verdammte Waffe verloren. Ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ohne die Waffe mehr getroffen haben. Okay, dann throw mir diese Scheiß-Waffe an uns im Kind. So. Jetzt hat. Comic-Book. Nett. Ist aber leider nicht relevant für uns. Zombie-Brute. Zombie-Brute. Wo? Ich dachte, der wäre jetzt da irgendwie in unserer aktiven Umgebung. Also, ein Zombie-Brute, den kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. So, wir brauchen jetzt aber dringend was zum Trinken. Das ist jetzt leider nicht mehr so, so, so ganz das zu Verweigernde. Mal schauen, haben wir irgendwo Clean Water? None. Hm. Kriege ich jetzt am intelligentesten Clean Water hier. Was zur Hölle liegt da hinten? A Burned-Out-Bionics ist das. Mhm. Okay, wir gehen mal in das Apartment-Haus. Da ist ein normaler Zombie. Da sind auch nochmal ein paar Zombies. Also, normale Zombies sind für mich nach meiner Meinung kein Problem, wenn ich nicht ständig unsere Waffe verlieren würde. Große Dücken. So. Ein Schritt gehen, ein Schritt warten. Ein Schritt gehen, ein Schritt warten. Damit ja, die Ausdauer nicht leidet. Okay, dann... Versuchen wir mal, das hier aufzulocken. Gut, Hammer. Dann... Können wir auch mal versuchen, reinzugehen. Wir lassen die kommen. Das sind Mehrenne. Und durch so ein Nadelöhr passt es mir nur gerade recht, dass die durchgehen müssen. Und schon wieder unsere Waffen verloren. C5. Ja, das war jetzt blutig. Oh, man sieht schon den Leichenberg in der Tür. Holy Crap. Okay, ist hier irgendwas Interessantes. Ah, unsere Fire Axe. Ansonsten sehe ich jetzt hier auf Anhieb nix. Außer Carpool Box of Fresh. Fried Fresh. Fried Fish. So, jetzt. Können wir gleich essen. Und ein paar Nails. Ich... Ich weiß nicht, warum wir ständig unsere Axt verlieren. Hm. Ich muss mir das auch mal... Ich muss das auch mal lesen, wenn dann an der Seite das vorbeikommt. Hier. Muss ich mal lesen. Aber ich komme meistens nicht dazu. Ich sehe das meistens nicht. Gut, dann essen wir mal kurz den Fried Fish. So. Sind zwar Durstig nach wie vor, aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Kontaktlins. Koffeinpills. Saline Solution. Was ist das? Pickle. Hm. Ist das eine Gurke, gell? Ja, nehmen wir mal mit. Gurken sind gut. Nee. Was ist das hier? Ein Nagel. Das ist Keramik Shards. Kuppertubing. Thread. Tailor's Kit. Nehmen wir mit. Dusk Mask. Vitamine. Nehmen wir mit. Desinfektionsmittel nehmen wir auch mit. You hear a noise. Ignore that stuff. Was ist das hier? Ein Romance Novel auf der Toilette ist interessant. Äh, Keramik Shards. Ansonsten nichts von Interesse. Ein paar Nägel. Nägel nehme ich jetzt mal mit wegen der Nailgun und um vielleicht mögliche Konstruktionen, die wir noch machen werden. Was ist das hier? European Pilsner. Trinken wir mal, weil wir haben gerade nichts als Alternative zur Verfügung. Was ist das hier? Pillow. Und das hier ist ein Fotoalbum. Wristwatch. Duct Tape. Nanoskirt. Okay. Ähm. Apparently der Microskirt wasn't short enough. Äh. Und das hat überhaupt einen Schutz? Äh. Fraglich. Aber jetzt mal ehrlich. Du begegnest in der Apokalypse Mädel mit Nanoskirt. Was wäre wohl deine erste Reaktion? Erstmal ungläubiges Starren. Und der, alle andere, alle anderen Adjektive, die mit dem Starren in Verbindung stehen, hängt von dem Träger ab. Äh, ehrlich. Was haben wir hier? Charcoal. Charcoal und, ähm, ja. Towels. Sie sind eher ungute Kombinationen. Gibt viel Dreck, sag ich. Hm. So, ich mach, glaub ich, heute mal ne Doppelfolge aus dem Ganzen hier und schneid das dann nachher auseinander. Für euch nicht weiter relevant, aber für mich schon. Was haben wir hier? Noch mehr Pilsner. Na ja, lass mal lieber hier. Das ist auch ein Novel, der eher uninteressant für uns ist. Dann machen wir hier wieder zu. Ich will doch nur was zum Trinken. Ist das so viel verlangt? Was ist hier drin? A pair of wool socks. Dann hier. Downfilled pillow. Nehmen wir mal eins mit für uns. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir noch eins über haben. War Novel. Samurai Novel. Ist eher uninteressant für uns. Wir sind so schon unsere einsamer Samurai. Der letzte Samurai hier auf der Welt. Bubble Rob. Und ne Hexer. Äh, manchmal will das Spiel mich irgendwie verhöhen, hab ich das Gefühl. Aber gut, was ist das hier? Foot Clank. Äh, this... I'm playing this. I'm playing this. A Pivotal Gear Assembly for a Bicycle. Ah, gut. Das ist, das... Ah, das ist ein Tretpedal. Pedale sind das. Gut. Gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir tatsächlich mal was zu trinken. Was Ordinäres zum zwischen die Zähne gurgeln. Ach, da ist ein Zombie. Wie lange kommen wir hier? Da haben sie sich gesehen. Das sind mehrere Zombies. Phyrex haben wir noch. Wir haben sie immer noch. Jetzt haben wir sie nicht mehr. Okay, was steht da? Ähm, Zombie received... The Phyrex gets stuck in the Zombie. Pulling it out of your hands. Ja, die bleiben ständig im Zombie hängen. Aber warum ist das so oft in letzter Zeit? Also so pervers oft. You know what I mean. Ähm, 40er Smith & Western Rounds. Das ist nett. Munition ist immer willkommen. Wield on the Fire Axe. Store an Inventory. Habe ich das schon zerdeppert? Ja, gut, habe ich. Gut. Dann im Improvised Lockpick. Ist mit Z. Satisfying Click. Satisfying Clicks sind immer schön. Was haben wir hier? Modern Rifleman. Das haben wir auch noch nicht. Soll mir nur recht sein. Klingt auf jeden Fall gut. Das ist American Ale. Das ist als Deutscher sowieso. Eine Schande, wenn wir das auch nur in Betracht ziehen würden, uns zwischen die Kehle zu werfen. Auch auf der Tatsache heraus, dass es auf Wasser basiert. Wobei es dann mehr als Wasser ist als sonst. Irritated Lemon. Irritated Apple. Mhm. Hey. Hey Apple. Ne? Kennen wir alle, die Nervpult. Da ist der Rottweiler. Zombie und Tuftzombie. Die können uns sehen. Aber der Rottweiler ist der einzige, der gerade Blut gerochen hat. Was haben wir hier? Ich habe den Zombie gesehen, by the way. So. Drei Liter Jar. Nehmen wir mal mit. Machen wir zu, weil dann hat der Rottweiler es schwieriger. Und da ist noch ein Zombie. Okay, was hat er noch? Leather jacket. Und die anderen lassen wir jetzt kommen. Das ist nur zugute von unserer Ausdauer. Na, komm schon. Oh, das sind ein paar mehr. So. Die lässt, den Rest lassen wir auch kommen. Na, komm schon. Bulli. Ich habe noch Zeit, die zu zerlegen, meine Herren. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Cash Card. Flare. Nehmen wir mit. Haben wir noch. Beretta. Oh. Eine Beretta. Sehr schön. Werde ich mich wahrscheinlich diese Folge wieder bemühen. Oder diese Folgenkombination. Bemühen, die ganzen Waffen wieder aus dem Internet zu suchen. Was das für Waffen sind. Euch hat das ja recht gefallen. Das Problem ist nur, ich habe nicht immer Zeit dazu, das zu machen. Und jedes Mal, wenn ich Zeit habe, mache ich das gerne. Bloß wenn es manchmal eilt, dann ist es eher uncool, wenn ich sowas mache. Weil dann habt es ihr nämlich gar nicht. Und für die paar Bildchen riskiere ich nicht, dass ihr nichts bekommt. Aber wahrscheinlich werde ich mir dieses Mal wieder Mühe geben. Weil wir finden relativ viele Waffen. Und da rentiert sich das auch. Hier ist noch ein Nagel. Nehmen wir mit. Hier noch. Noch mehr Nägel. Nehmen wir mit. Haben wir hier. Äh. Nix. Mit Trinken haben es die hier nicht so. Ich glaube, die brauchen allesamt kein Wasser hier. Die haben es nicht so mit Wasser. Okay. Splintered Wood. Sorenkit. Longstring. Rubber Gloves. Hm. Ne. Das ist auch nicht erstmal. Work Gloves. Hm. Nehmen wir mal mit, weil die haben wir noch nicht. Wir könnten eigentlich auch die Rubber Gloves mitnehmen. Weil, wie gesagt, ist so ein Ding. So. Hier noch ein paar Nägel. Die Racks könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Was habe ich jetzt gemacht? Gar nichts, gell? Die habe ich jetzt liegen lassen, gell? Die Nägel. Können wir auch mitnehmen. Aber da lassen wir uns erstmal noch Zeit, bis wir das Ganze hier ein bisschen gereinigt haben. Gummy Vitamins. Non-Drowsy. Nehmen wir mal mit. Ich weiß, das ist eigentlich eher ungut von unserer Erfahrung her, aber... Oh, oh. Zombies. Ein paar mehr Zombies. Und Polizeihunde. Holy crap. So, hier. Kriegen wir es immer nur auf einmal ab. Ach, verdammt. Holy crap. In das viele. Oh, du. Wir haben nur noch fünf Schuss in der Waffe. Da, die Schlangenwurz-Tode noch. So viel Zeit bleibt noch, aber für den Hund kriegt nur eine. Oh, oh. Das wird nicht lustig. Oh, oh. Das wird gar nicht lustig. Ah, okay. Erstmal gucken. Wir haben keine Schuss mehr, ne? Immer die Hatchet. Wearingless-Item. So, jetzt haben wir immer nur einen von vorne. Das kriegen wir hin. Es sind viele, aber die müssen durch ein Nadelöhr. Und wir sind jetzt nicht mehr so laut. Das heißt, die kriegen eher unwahrscheinlich Verstärkung. Holy crap. Das waren jetzt viele. Oh, man. Flare nehmen wir mit. Und wir haben einen Riesenhaufen Zombies gerade. Kein auf Bier. Die saufen doch nur. Haben die nicht irgendwas Normales? Auf Cooking Oil. Warum schleppt einer Cooking Oil mit? Toolbox. Oh, die nehmen wir mit. War das hier gerade Kevlar? Doghanded? Ne, kennen wir nicht. Wir müssen das nachher nochmal durch hier plündern. Durchgehen und plündern. So, wer hat jetzt meine Firehacks? Du hast meine Firehacks. Die nehmen wir. Was weiß ich, ich mache jetzt als Erste. Das war hier bei unserem Mossberg. Lade ich erstmal nach. Und da gebe ich die... Mäkschitzland. Ja, nehmen wir die. Sie machen zwar nicht so viel Schaden. Aber die werden damit schon mal verwendet. Weil wir haben mehrere davon. Wir müssen ja ein bisschen auf unsere Munition sparen. So, was haben wir hier? So. Lighter Cash Card. Können wir immer mitnehmen. Wir haben immer noch nichts zu trinken. Das seufzt's. Holy fucking crap. Ich muss weg hier. Holy fucking crap. Das kriege ich nicht mehr hin. Weg hier. Bloß weg hier. Holy shit. Das wird heute nix mehr. Oh, nee. Holy crap. Ah, wir gehen später hier. Blünder, ne? Erstmal alles dicht machen. Und versuchen uns wieder auf die Reihe zu kriegen. So. Lesen wir erst mal, was Modern Rifleman kann. Okay. Requires five intelligence to treat. Rifle skills to one. Haben wir schon. Ah, aber er hat einige Recipes. Improved allen Sights zum Beispiel. Ein Haufen Munitionstypen auf jeden Fall sehe ich gerade. Ein Magazin. Small Rifle Primer. Large Rifle Primer. Reload Winchester. Magnum. Blablabla. Firearm Repair Kits. Das ist sehr gut. Improved Iron Sights. Flint Lock. And Flint Lock Carbine. Okay. Das könnte sein, dass wir da drin noch ein paar Informationen haben, die durchaus interessant für uns sind. Aber als erstes werden wir mal das ganze Zeug hier los. So. Und zwar fangen wir mit links wieder die Klamotten an. Die wir gesammelt haben. Pair of Rubber Gloves. Und haben wir hier irgendwo die... Wo sind meine Welding Goggles? Da sind sie. Die bleiben natürlich an Bord, wie es so schön heißt. Moment. Falsch. Hier. Neun. Waffen. Nehmen wir erstmal die Barretta 9 weg. Smith & Western Munition. Haben wir sonst noch irgendwas in der Richtung, was wir unter Waffenneig hören könnte? Äh... Die Nägel eigentlich, weil wir haben ja eine entsprechende Waffe dafür. Das heißt also, jetzt hier unten kommt Baumaterial hinein. Ah genau, die Shotgun-Teilung. Die Charcoal kommt hinein. Duct Tape, Long String Thread. Die Clanks. Das Downpillow nehmen wir auch anders hin. Das Jar und Dynominium. Blah. Nahrung. Kommt da auch nicht hin. Knife. Die Toolbox. Die Sewing Kits. Sewing Kits. Sewing Kits. Stone Knife. Lass mal. Äh... Wobei, wir haben ja jetzt die Hatchmat dafür. Hm, gut. Dann tun wir das Stone Knife weg. Den Leiter. Improve. Blah. Heavy Duty Flashlight. Wir nehmen normale Flashlights. Hier tun wir eine Hexor weg. Die Flare kommt weg. Die ganzen Cash Cards. Nehmen nur die größte mit. Oh, Niedel haben wir auch schon so lange nicht mehr gebaut, aber die verbraucht halt nix an Platz. Die kann ich irgendwo verstauen und gut isst. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir essen was. Ne, nicht reden. Wir essen was. Und zwar den Irritated Apple und den Irritated Lemon. Muss ich dir mal vorstellen, in die Limone reinzubeißen. Da verzückt sich das Gesicht. Äh, geil. Gut, jetzt brauchen wir was zum Trinken. Haben wir unser Rubberhoose dabei? Ne, Moment. Inventory? Äh, Rubberhoose. Ne, die ist wahrscheinlich in unserem Werkzeug drin, gell? Hier sind die Klamotten. Hier ist das Werkzeug. Äh, da, 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 da. Rubberhoose. Na, wo ist es denn? Kommt schon, Batteries haben wir hier. Kein Rubberhoose. Oder sieht es hier da irgendwas? Dammit. Dammit. Kein Rubberhoose. Haben wir die falsch eingeordnet? Ne, jetzt ernsthaft. Äh, das müsste nicht unter Amos, sondern unter Tools. Das müsste unter Tools sein. Äh, doch hier, Rubberhoose. Da haben wir es. Wahrscheinlich falsch einsortiert. Äh, da, wo ist es denn? Ich habe es gerade noch gesehen. Verarsch mich nicht. Ich bin gerade verwirrt. War es doch in meinem Inventory, oder wie? Ich bin gerade, wo ist es denn, wie Rubberhoose? Ich habe gerade auf Inventar gewechselt. Rubberhoose, hier. So. Ich dachte es jetzt schon für einen Moment, bin ich irre. Gut. Items. Wir haben doch vorhin eine schöne Bottle aufgehoben. Moment, hier ist Diesel. Mhm. Battery, Junk of Steel, Chronic-Count-Motorbike, Long-Strength Thread, 3-Liter-Glass-Jar. Gut. Wir haben eigentlich noch Kantinen dabei. Stimmt! Äh, wir haben aber noch sechs Portionen da drin. Und das ist Dreckwasser. Stimmt, wir trinken aus der Kantine. Habe ich das die ganze Zeit vergessen, verdammt. Passt du einmal in dem Spiel nicht auf, ne? Und dann hast du eine Zombie-Armee am Hals. Äh, herrlich. Gut. Dann tun wir aber die Rubberhoose da wieder dazu. Dann die Nahrungsmittel und den ganzen Kram kommt, glaube ich, hier hinein. Hier habe ich das, glaube ich, hineingetan, ne? Gut, da war Chaco-Smoker. Genau. So, und hier Inventory. Hier kommt... Plastik-Bag kommt da nicht hin. Das ganze Medikamenten-Zeug. Den Fried-Fish, den nehmen wir mit, weil den wollen wir essen, unterwegs. Plastik-Bag kommt wieder auf die andere Seite. Plastik-Bag. Schreibt-Kan-Hal kommt da auch nicht hin. Das ist schwer wieder. Free-Liter-Jar kommt da auch nicht hin. Hier kommt das Down-Fill-Pillow hin. Hier kommt die Shotgun-Hal hin. Habe ich irgendwas noch dabei? Die Hatchet? Ne, gut. Wir sind soweit erstmal gut dran. Das heißt, wir legen uns hier hin, warten darauf, dass die Zombie-Armee sich da oben beruhigt hat. Und lesen mal ein bisschen was am Rifle-Man. Oder, Moment, no. Hä? Jetzt hat sie trotzdem am Rifle-Man gelesen. Äh, wir lesen am Transistor weiter. Wir müssen uns später mal uns darum kümmern, dass wir wieder was zu trinken haben. Weil, wie gesagt, das ist jetzt mittlerweile doch ein massiveres Problemchen. Aber das sollte jetzt nicht eben allzu sehr das Problem sein. Wir können es relativ schnell machen. Und im schlimmsten Fall fahren wir zurück. Äh, reading takes longer than usual. It's dark. Okay, wir sind tired. Das heißt, wir stoppen reading jetzt erstmal. Wir, oh, die Cheeseburgers müssen wir essen. Die müssen wir jetzt aufessen. Sonst wären die uns schlecht. Oh, die letzten erst mal noch. Yes. Full. Ich hoffe, wir kotzen jetzt nicht über der Nacht. Aber wir sind auch so halb... Oh, Gummy, die Cheeseburger gegessen haben. Äh, Wasser ist tatsächlich ein Problemchen. Gut, aber wir sind tired und wir schlafen uns jetzt mal aus. Bleiben wir wieder gesund. Du fühlst dich extra alert und dein Körper fühlt sich bereit zu gehen. Hm. Okay. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein gutes Zeichen ist. Aber wir sind... Wir sind wieder on the hood. Und wollen mal weiter erkunden. Wir haben... Relativ anständiges Material dabei. Und wir haben jetzt auch die Zeitmarke überschritten. Weil ich habe jetzt schon zwei Folgen auf einmal aufgenommen. Das darf jetzt nicht ja sein, dass ich die jetzt da noch weiter strecke. Weil sonst habe ich ein Problem mit meinen Sicherheits-Stave-States. Weil ich benutze ja immer aus technischen Gründen, da das mit dem Aufnehmen von Kadiclism immer so ein bisschen phaselig ist. Mache ich immer nach jedem Part eine Sicherheitskopie von der Welt. Naja. Und damit ich das nicht zu weit herauszögere und ich irgendwie eine Dreiviertelstunde an Material verliere und ihr heute hier nichts mehr bekommt. Weil ich nehme das am Montag noch auf. Und ich hoffe, dass ich das heute am selben Tag noch hochgeladen bekomme. Und ja. Euch schön Maria Himmelfort. Bitte. Oder eigentlich jetzt gestern. Das ist der zweite Part. Okay. Gestern war schön Maria Himmelfort. Bitte. Geh breathe. Come on. Ich hoffe, es kommt ja los. Durch die Welt. Wenn ich lasse. W назыв 3